Sascha U-Works, Service ABB Robotics. Wir präsentieren uns hier auf der HMU mit unseren Connected Services. Dies kann unseren Kunden auch ermöglichen, bis zu 25% weniger Serviceausfälle zu haben und bis zu 60% schneller zu reagieren, wenn mal eine Störung vorliegt. Wir erreichen das einmal durch den Hinweis für unsere Kunden, dass Störungen vorliegen, wie wir, und dann durch tiefergehende Diagnose-Tools, wo wir über Trendanalyse und Trendanzeigen unsere Kunden darauf hinweisen, dass sich ein Problem anbahnt.